Hallo und herzlich willkommen zu Folge 10 von Ultimate Chicken Horse. Ist das eine Folge neu? Folge 10 ist es schon. Ja. Folge 10 von Ultimate Chicken Horse und wir haben hier... Das komische ist irgendwie eine offene Lobby. Ist egal, ich bin jetzt mit... Ja, und ich bin mit Philipp zusammen hier wieder und wir gucken jetzt mal, was wir wollen. Was wollen wir denn hier? Na oben, Pyramiden. Pyramide natürlich, ne? Pyramide. Ey, sag mal, warum funktioniert das denn? Wie kann ich Doppelsprung leider machen? Doppel-R-Taste? Das funktioniert nicht so ruhig. Na, gucken wir mal, was wir jetzt nehmen. Ja, natürlich, meins wird gewählt. Pyramiden, meine lieben Freunde. Was wir jetzt nochmal sprinten mit Steuerung, ne? Das will ich auch nicht mehr. Oh, das ist cool, dass wir jetzt zu viert spielen. Richtig geil. Das ist so ein bisschen random, weil die wissen ja nicht, was wir sagen. Das ist ja lustig. Oh, ich hab das andere Mal hier. Oh, mich auch frei geschalten. Ich kann das Chameleon spielen. Ja, ich spiel mal kurz hier einstellen. Die anderen haben es geschafft. Ringen in Space, Rennen, ist Left, Shift, Tanzen oder Aufgehen. Weg, Blocks, Rotieren, Ergebnis, Code, Tab, Chat. Das muss sprinten. Alles klar. Was machst du denn du hier? Ich versuche rauszufinden, wie man sprintet. Weil es kaputt ist, das Spiel. Ist aber cool, dass wir zu viert spielen. Kriegst du noch gar erster Punkt, wenn du willst. Ja, deswegen. So, erstmal ein bisschen Wärme machen. Das funktioniert denn mit dem Doppelspringen? Boah, das Schiff funktioniert. Okay. Eier. Jetzt bin ich erst im Ziel. Fuck off. Philipp, lass dich nicht mehr drücken. Achtung, Feuer. Okay, jetzt kriegen keine Funkel. So. Außer Münze. Der hat eine Münze? Oh. Darf doch wohl nicht wahr sein. Aber die Münze müssen wir jetzt irgendwie verbauen, ja. Wo setzt denn die Münze hin? Hö. Alter, falle aber erst knapp. Ich glaube, der kann nicht doppelspringen durch. Oh, jetzt habe ich die Gunster Stunde verpasst. Muss warten, bis die... Oben ist. Fall auf! Ich bin in den Fall gesprungen. Einer hat es trotzdem geschafft. Alter, es gibt sogar Solo jetzt, ne? Solo. Ach, seit zwei Leute sind meine Falle reingeschlatscht. Möglich. So, was kann man denn hier mal beweglich machen? Ein Russe. Das kann man doch mal beweglich machen. Das bringt auch Spannung ins Spiel hier. Ich check. Drei Ebenen schießt der Pfeil jetzt. Ich finde es geil. Jetzt muss ich springen. Ernsthaft? Ja. Weil ich dort hinten ein bisschen mit Honig rumgespürt habe. Scheiße! Seht das? Da hinten? Oh, der hat jetzt schon gewonnen. Vor allen Dingen, Philipp hat nur Fallen. Das ist doch Fallen-Philipp heute. FF Fallen-Philipp. Danke. Hab' ich schönen Namen für die Folge. Genau. Da war doch eigentlich vorgeschlecht. Hab' ich dir da nix eingeschoben? Wie macht man das? Hier? Ach Mist. Ja, die Form. Verspielst du ein Chameleon? Äh. Die Form, ne? Machen wir die Form, ja. Guck mal, der hat ein Skin, der hat schon hier. Guck mal, alle wollen die Form. Das libt doch. Bucks. Bucks. Wuh! Ha! Eier, knapp. Ja! Outfit für mich freigeschalten. Eine Perücke. Das schaffst du, Philipp. Wie soll man denn dort oben an die Münze kommen? Na, irgendwann später halt. Ich find das voll scheiße. Ich hab' bei mir noch Doppelspringen. Oh, ich hab' was geplant für die nächsten. Nächsten Sessions, ja. Was denn? Alter, Falla. Das ist unmachbar. Das ist ein Russen, der Jasper. Serious? Hab' ich doch vorhin schon gesagt. Achso. Ich krieg' ja auch noch die Hälfte mit. Genau, mach's weg. Dein Scheißer. Das ist aber unmachbar. Was denn? Ach man, ich hab' meine Münze vergessen. Oh ja. Achso, ich muss noch. Genau, das hab' ich auch gerade im Sinn gehabt. Verdammt, jetzt hab' ich's nicht geschafft. Hä? Im richtigen Moment springen. Dup, 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 dup. Ey, das soll ich checken. Ich muss das Ding wieder wegmachen, sonst komm' ich da selber nicht durch. Ach, der ist doch behindert. Oh man! Oh, das war harschhaft. Jetzt hat der Jasper schon wieder genommen. Er hat einen fucking Ping-Vorteil. Der hat einen Ping-Vorteil, der. Ich muss auch gleich mal üben. Weil ich hab' gerade einen beschissenen Ping. Weil ich bin lost. Ja, und ich bin in Amerika. Tschüss, die teuerde. Wieso? So, warte mal. Nicht, dass der hier die Münze bekommt. Ja, stell' ihn noch mehr hin. Baut er nicht den Weg zu. Ich bin die Münze-Arm. Zack. Ja, das steht doch da oben rum. Haha. Komm, Philipp, kriegst du noch eine Chance. Was machst du dort unten? Geh da hinten rum. Geh hinten rum. Nicht dort rum, ist viel, viel gefährlicher. Der tut nicht doppelt springen. Haha, der hat extra gewonnen, bis du fertig bist. Jetzt hat er schon wieder gewonnen. Der tut einfach nicht doppelt springen. Der Russe zockt uns ab. Der tut nicht doppelt springen. Das ist kaputt bei mir. Nächste Fall hier. Nö, ist gleich noch. Gleich noch. Der tut nicht doppelt springen. Oh Gott, was. Gucken, ihr habt da kurz keinen Ton. Ja, das geht nicht. Wir haben noch keine zehn Minuten. Was wollen wir jetzt machen, Philipp? Du hast die Wahl. Ich komm nicht hoch. Also, ich drücke einmal Leertaste bloß und dann springe ich so hoch. Das ist einfach nur... Du kannst nicht doppelt springen. Du kannst nicht doppelt springen. Hier, Windmühle, habe ich ein Fragezeichen. Excellent. Ist der rausgegangen? Nee, der ist noch da. Guck mal, drei Fragezeichen. Wenn ich mal sehen würde, was hier unten abgeht, würde ich auch springen. Das ist sehr kompliziert, alles so. Oh, ja. Oh, stimmt ja. Lebe ich noch? Nee. Oh. Oh, das war knapp. Ich spüren wir erst mal in den Blasen hier. Zack, zack, zack. Ja, es ist nicht so. Oh, natürlich habe ich was gesagt. Oh, ja. Oh, Mann ey. Schnappen die dir was? Die mir das weg, ja. Ja, ich habe das ja geschnappt. Da kann man was Schönes dranhängen, oder? Oh, scheiße. Oh, jetzt muss ich es schaffen. Ja. Uh, du hast, naja, nochmal ein Neubeginn. Hast du einen Reboot bekommen? Alter, ich bin zu dämlich, dass du jetzt, ne? Guck mal, ich fahre jetzt sogar schon runter für dich. Voll Honig klebe ich hier. Alter. Du springst drüber. Bleib stehen jetzt, ey. Und jetzt rüber. Ah, genau. Du kennst, du kennst. Oh, leckst dich am Arten. Oh. Ich komme mit den Letzten, ich komme mit den Letzten, ich muss hier trainieren. Auf jeden Fall. Wenn wir nochmal aufnehmen sollten, ich muss trainieren. Oh, ja. Oh, Mann. Alles wollte ich nehmen. Du wolltest alles nehmen. Ja. Ach, du einmal dann. Bin ich noch da? Nee, scheiße. Und da hat er so eine Rolltreppe gebaut. Oh. Das hätte ich erschaffen können. Das habe ich nicht gesehen. Was macht denn der jetzt? Boah. Cool, danke. Danke, du Russe. Wie ist das denn? Weil du schon ins Ziel warst. Leg das mal nach unten so. Warte, das was du willst. Seid ihr alles im Ziel? Ja. So einfach. Keine Blüte. Ey, das habe ich doch eingeklickt. Äh. Weck sich das jetzt mit? Ja. 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 Werdenstag. Ich brauche ein Stück Schokolade für. Alter. Boah. Willst du mich falsch? Da ist auch gestorben. Nee, noch lebt er. Noch lebt er. Noch lebt er. Jetzt nicht mehr. Jetzt nicht mehr. Alter. Lull. Wie bitte? Was sind das für Betrüger? Der war doch schon oben. Er ist runtergefallen. Jetzt geht's los, ja. Jetzt kann ich das auch nicht mehr hinsetzen, ja. Alter, jetzt habt ihr alles vollgestellt. Willst du mich verarschen? Los, wo willst du das hinstellen? Dahin? Ist dein Scheiß ernst? Was? Haha, kommst nicht mehr vorbei, ja? Ach, Leute. Oh, nee. ich hab auf dich jetzt geguckt, ich bin so groß Ich dachte gerade, warum bewegt sich mein Männchen nicht mehr, aber völlig rum Fuck it! Ich muss es schaffen, weil der ist tot Ach, die sind alle Bede blockiert? Na dann, fahr ich mal noch ne Runde Was, ich war da nicht drauf Hat er weggebracht, so zämlich Nein! Warte, wir müssen einfach zu scheiße, die anderen gehen schon raus Na, ist der Russe Drück hier, halte B um aufzugeben Das schaff ich noch, das hab ich schon mal geschafft Dieses Tor schalte von wegen, kann man nur bewundern Ich hab's schon mal geschafft Ich hab's drauf Aha, ok Aha, ok Aha, ok Aha, fast Was? Ich hab's drauf Okay Alter Ich merke schon, dass du die Scheiße dort bist, ne? Es ist doch grad nicht so einfach Halt ein Bier im Auto Hahahaha Nein Der Bus fährt los, wir warten auf dich, komm Boah, ich hab noch ein Stück Schokolade Mach das Mach das Mh Mh Da bräuchte eure Zeit, indem ihr das Video anschaut Oh, pfff, komm, komm Es ist das Leben nicht schön, normalerweise muss ich den Video anschauen, das läuft alles Dann gibt's ja wieder solche Leute Dann gibt's ja wieder solche Leute Denken mit alles Besuchen, das sind Jahre lang, schaffst du dann trotzdem ja Ich hab'n Krampf mit kleinem Finger Aber erstmal entspannen Aber erstmal entspannen ja Hey, holst du denn noch bis zum 11 mal? Es ist 2 vor 11 Ja, und wir haben noch lange nicht gewonnen Es ist erst 5 vor 12 Oh, pfff Oh, ich war da grad schon drauf Ja, die ganze Nacht laufen müssen Das ist ja tatsächlich, das ist langweilig Aber fürcht'n Spallen Wieso, wenn du jetzt so zuschaust hier Und guckst, wie die Zuschauer, äh Also, zu, äh, zuschauen, ne Ne, ja, auf dem Wer ist denn das? Ja, wie man dranbleibt halt Das geht jetzt bestimmt mal total runter Nein Sag mal so, es geht nicht beim Abzug dabei Ah Ich war doch schon auf der Höhe! Patrick, das wird nix. Alte B um aufzugeben. Kann ich so drücken? B. Oh, das wäre eigentlich krass, wenn du das drücken würdest. Ja, habe ich jetzt. Ey, ich bin voll krass, ne? Kann ich gleich ab und gerade ein Spiel rauswerfen? Ich bin host, das wird wahrscheinlich nicht gehen. Alter! Uh! Patrick, ey, das stimmt nicht. Nein! Jetzt bin ich... Oh, scheiße! Oh! Oh, ein Haus? Wie? Wir spielen noch. Wir spielen noch, natürlich! Alter! Dass man nicht hier runterfällt hier. Warte mal, wenn man hier runterfällt, dann müssen wir es ein bisschen leichter machen. Alter, Waller. Wurde ich da erstmal runtergedrückt Das hätt ich ursprünglich auch vor Das ist mir zu einfach hier der ganze Scheiß Vor allem der Affe im Hintergrund Du bist Affe Warum bin ich der Affe? Weil ich das gesagt hab Na genau, was bringt das Tolles jetzt? Wollt's ein bisschen schwerer machen Ach fickt euch doch, hab ich doch das böse Wort gesagt Ich mein natürlich Ich wollt's ein bisschen schwerer machen Ich hab's geschafft Wuh Ich bin nicht gesprintet Ich wollte eigentlich weiterspringen So ein Klopstock Ja, dort oben hin Die hol ich mir Wuh Zuta 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 Oh ne Oh ne Ich lieg noch voll Nur zwei Runden Du liegst vorne Ich bin gespannt was ich jetzt alles wegspringen will So viel will ich eigentlich nicht wegspringen So viel will ich eigentlich nicht wegspringen Eigentlich nur das eine wegspringen Ja Oh Is das ich will Okay Ich bin einfach Ich bin einfach Du kannst den Punkt Naja Ich bin eigentlich Ich bin einfach Ich bin einfach bringt mir nur nix mehr scheiss du hast gewonnen egal ob du jetzt ankommst oder nicht du hast gewonnen oh oh also bei mir bist du nicht getroffen worden ja bei mir aber er hat sich einen glückwunsch lieber philipp danke ich bin das ultimative Pferd und das gegen den russen genau er hat sogar geläftet weil er von uns weil wir so stark waren und ihn sozusagen mit unserer coolness vertraut haben gut dann würde ich sagen bis zur nächsten Folge meine lieben Freunde ihr könnt das ganze natürlich auch beim philipp angucken Link ist in der Videobeschreibung guck das ja schon bei mir auch hier oben ist das neue machen wir beim nächsten Mal machen wir beim nächsten Mal genau bis dahin Ciao Ciao bis dahin 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 bis dahin